Meine Reise ins Übermorgenland. Das sage nicht etwa ich, sondern Nadine Punks, eine junge Rheinländerin, die über die arabische oder durch die arabische Halbinsel alleine gereist ist, alleine als Frau. Das ist, glaube ich, gar nicht so ein Riesending, wie jetzt viele glauben und es wirkte auch bei Frau Punks nicht so, als wäre das jetzt für sie etwas, was besonders hervorzuheben wäre. Nein, es geht ihr tatsächlich hauptsächlich um die Menschen, die sie da trifft. Sie reist durch folgende Länder. Das steht hinten auf dem Klappentext drauf. Es steht auf dem Klappentext. Es beginnt in Jordanien, geht über Kuwait, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Oman bis an die Grenze des Jemens. Sie reitet mit Beduinen durch die Wüste, übernachtet in Zelten und Wolkenkratzern, spricht mit Gastarbeitern und Geflüchteten. Sie trifft einen Scheich und hat sogar eine Audienz bei einer waschechten Prinzessin. Tatsächlich, ich habe es ja gerade schon gesagt, ist das Wichtigste für Nadine Punks, dass sie Menschen kennenlernt und dass sie die unterschiedlichsten Menschen kennenlernt. Sie übt durchaus Kritik an den Zuständen, gerade bei den, wenn es darum geht, durch die Vereinigten Emirate zu reisen. Also ganz häufig kommen tatsächlich indische und asiatische Gastarbeiter vor. Und man weiß, glaube ich, dass die Zustände, was diese Menschen angeht, nicht die besten sind. Nicht nur seit dieser Fußball-WM oder EM oder im Fußball, ist mir so egal. Aber tatsächlich schafft sie es, sich mit diesen Leuten von Angesicht zu Angesicht zu unterhalten. Sie schildert deren Erfahrungen, Erlebnisse und Eindrücke, allerdings ohne zu sehr auf die Tränendrüse zu drücken. In diesen Passagen bemüht sie sich sehr um Objektivität und um neutrale Darstellung. Das gelingt ihr auch. In anderen Passagen ist sie geradezu witzig und auch selbstironisch und komisch. Und es zeigt sich eigentlich, dass es nicht nur eigentlich, es zeigt sich, dass hier eine selbstbewusste Frau ihrem Sehnsucht nach der Reise durch diese fernen, für uns fernen Länder nachgibt und wie sie es genießt. Sie saugt das auf und das merkt man auch. Und es gibt halt Momente, wo sie wirklich zu Tränen gerührt scheint. In diesen Momenten ist die Sprache sehr viel poetischer, lyrischer als in anderen Passagen. Die Einleitung zum Beispiel ist mir fast schon zu lyrisch und fast schon zu blumig in der Sprache. Aber sie schafft es, ihren Stil da immer wieder ein bisschen zu ändern. Sie ist studierte Literaturwissenschaftlerin und Historikerin. Also ihr habt durchaus auch schon Ahnung von Sprache und Literatur. Es besteht aber immer bei Literaturwissenschaftlern die Gefahr, dass sie sich in Sprache so ergehen und dann gar nicht mehr aufhören können, über Schönheit von Sprache diese abzubilden und die Sätze zu blumig zu machen. Das lässt sie weg. Es gibt Passagen, wo sie wirklich fast lyrisch wird. Am Anfang fand ich das schwierig und zwischendrin, wenn das auftaucht, hatte ich mich dann irgendwann daran gewöhnt und habe es fast auch genossen. Also sie ist eine scharfe Beobachterin und sie kann das auch sehr scharf wiedergeben und schafft es auch teilweise in wenigen Worten und sehr trocken und nüchtern trotzdem genau das darzustellen, was sie möchte. Aber dann, ich habe es gerade schon erwähnt, gibt es Momente, wo sie über sie selbst lachen kann oder wo sie auch nicht davor zurückscheut, so Momente zu zeigen, wo sie sich einfach falsch verhalten hat. Nicht unbedingt gegenüber der Menschen, da geht sie mit sehr viel, sehr viel Respekt und Demut, aber trotzdem mit Offenheit und Interesse. Aber es gibt zum Beispiel so eine Szene, da marschiert sie mit anderen durch die Wüste und kraxelt irgendwo hoch und plappert und plappert und bleibt dann mit dem Fuß in einer Felsspalte hängen und verstaucht sich tatsächlich den Fuß, will das aber nicht zugeben und läuft weiter und es wird natürlich immer schlimmer und immer schlimmer und sie kann irgendwann nicht mehr laufen. Und ja, also sie hat keine Scheu davor, auch ihr eigenes Scheitern in solchen Fällen dann eben darzustellen. Als selbstbewusste junge Frau hat sie auch kein Problem damit, zum Beispiel zu beschreiben, wie sie, als sie mit einem jungen, sehr attraktiven Beduinen durch einen Wadi zieht, sich von dem so angezogen fühlt, dass sie es irgendwie schafft, dass sie sich küssen. Das macht sie nur sehr kurz und sehr dezent, aber es ist auch durch der letzte Satz eines Kapitels, in dem sie dann kurz beschreibt, wie sie sich küssen. Ich finde das sehr faszinierend, da sie als Historikerin auch Ahnung von den Hintergründen dieser Länder hat, wird das auch immer mit eingeflossen gelassen. Sie lässt es immer wieder mit einfließen. Es ist also kein historischer Roman, auch kein reiner Reisebericht aus aktueller Zeit, sondern eine Mischung aus beidem. Klar, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, jetzt der Fokus liegt auf den Menschen, die sie kennenlernt und wie diese Menschen drauf sind. Aber es geht auch so ein bisschen um die Hintergründe. Also was ist da passiert, die geschichtlichen Zusammenhänge über die Scheiß und der Emiere, die es da gibt. Und sie beschreibt zum Beispiel auch, und das wusste ich gar nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen, dass die Vereinigten Emirate tatsächlich aus vielen einzelnen Emiraten bestehen, die von einzelnen Familien immer noch geführt werden. Und dass es Länder gibt wie zum Beispiel den Oman, wo es einen Fürsten gibt, der da wirklich jahrzehntelang regiert hat sozusagen. Und dieses Land, obwohl es ein autokratischer Herrscher war, trotzdem geschafft hat, in eine modernere Welt und westlich orientierte Welt zu verwandeln. Sie spricht viel mit Taxifahren, weil sie auch viel mit Taxis unterwegs ist, Taxin unterwegs ist. Und da trifft sie, wie sie es selber beschreibt, immer wieder auf Menschen, die am Rande der Gesellschaft existieren. Das sind häufig Inder oder Menschen, die aus ostasiatischen Ländern kommen. Deswegen geht es da relativ häufig drum, aber es geht auch um freundliche Scheichs oder um Menschen, die ihr näher bringen, wie das mit den Falken läuft, die ja auch ganz beliebt sind. Also eine sehr abwechslungsreiche Reise, ein sehr abwechslungsreicher Schreibstil und eine sehr abwechslungsreiche Geschichte, die geprägt ist von Emotionen einfach, ohne dass die zu plakativ dargestellt werden. Dann fände ich es auch schon wieder doof. Aber es geht darum, dass Frau Punks während ihrer Reise auch völlig bewusst ist, was sie da gerade erlebt und wie wichtig und schön das für sie ist. Was ich ganz faszinierend finde bei ihr ist, dass sie trotz dieser beiden abgeschlossenen Studien, also Literaturwissenschaft und Geschichte, keine starre, verkopfte, ich weiß nicht, irgendwie hölzerne, papierartige Person ist, die etwas studiert hat. Und dann macht man einen Job bis zum Ende ihres Lebens. Das ist sie gar nicht. Also sie hat sich ihre Offenheit und ihr Interesse und ihre Neugier und so eine gewisse Jugendlichkeit einfach auch behalten. Also es ist eine faszinierende Persönlichkeit, finde ich, so wie man es im Buch hier herausliest. Und das ist auch wirklich ein sehr persönliches Buch, was einem vieles in der arabischen Welt erklärt und näher bringt, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Meine Reise ins Übermorgenland von Nadine Punks.